ja willkommen mein name ist danni und ich begrüße euch zurück zur let's play tales of xylia und ja ich habe mir mal die karte hier angeguckt und übrigens wir sind immer neuen fortkanal wir wissen einen kontrollraum genau finden und hier war ja ein kontrollraum und hier ist auch ein kontrollraum und den können wir von hier aus den können wir von betreten und ich hoffe jetzt geht es ja irgendwie weiter weil wenn sie jetzt nicht weitergeht dann eiern wir in diesem part wieder durchgegen aber da steht jemand und das ist ein gegner okay ich habe kreis gedrückt damit können wir die golems kaputt machen okay okay jetzt wissen wir jetzt mit kreis können wir die cutscenes ein bisschen überspringen verdammt wollte ich gar nicht abrechnung mit dem golems ich war in der cutscene dabei ihr müsst mir das nicht für blöde noch mal hier wiederholen oh mein gott muss man jetzt hin wieder zu den golems ne ich gucke aber lieber noch mal nach siege die golems okay kein ding wenn sonst nix ist na gut dann machen wir die immer blöd jetzt kann ein fritzschatz okay ich hoffe ich bin jetzt zurück ah nee doch ich glaube schon hallo ich müsste mir doch jetzt locker plattmann oder aber einfach stehe ich wieso ich damals probleme damit hatte so ich hätte gesagt noch mal vorher gespeichert. Aber okay. Und? Und zwei hinter uns. Nein! Genau. Ich meine, das war Elisa. Als ob er jetzt einen Unterschied war, wir treten den Neuen in den Hintern. Ach, Hebel 55. Au, au, au. Er hat doch keine Gegner mehr von uns. We might stand a chance now. Keyword might. We ran away once, but not now. Die machen uns doch noch ganz schön schaden. Okay. Okay. Okay, vielleicht nicht so eine gute Idee. So, komm her. Ja. Er schlägt uns wieder wach. Oh nein, wir sind gleich tot. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh, was wir haben dem fast gar nichts abgezogen. Damn. Und zack. weg bis hin. Weg bis hin. Au. Au. Geh mir hoch. Dann nehme ich. immer schön die schwäche einsetzen und wir sind gewappnet. Aber. Oh Gott. Aber. 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 Wie gesagt. Damit haben wir heute die vier auf unserer Seite. Aua. So. Luftfeuer. Deum, 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 deum. Auch so blocken, man. Aber. Geht's noch? Elvin. Okay, dann nicht. Deum. Jetzt war einfach alles ein. Irgendwas wird schon klappen. Aua. Aua. Na. Warte. Final. Gale. Ich hoffe, das klappt auch noch. Jawoll. Hat auch. Verdammt. Aber. Ich war Mikro gekommen. Ich dachte, wir können noch gegen die Wüste hinterher ballern. Okay. Aber. Das klappt nicht. Und, ja. Das klappt schon. Jojojojojojojojo. Jojoj. Weiß nicht un changes. Ne. Erste nicht während einer Ice deze máel? er in da er fliegt jetzt so kann ich ein ding einsetzen hallo ha ha nein ach die kommen alle hintereinander nein nein ich sehe an den god nämlich zwei meinten an eingesetzt okay gut aber damit kann ich nicht nur verbundenen wasserangriff einsetzen aber ich kann ein paar treffer man das auch und ich werde direkt geilt auch hier so oft habe ich das nicht eingesetzt okay luftfeuer nein nicht luftfeuer oh gott ich will aber gerade so neun part schaffen warum müssen wir überhaupt noch fertig machen habe ich ganz vergessen jetzt haben wir so den titel für gut bekommen sein halt kunst war man abgesehen heute so eben immer weg und ronk und dafür war so danke Danke. Da botz ich eigentlich gar nicht, aber okay. Aua. 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 Ist jetzt mal gut, Aua! BAMS! Brown setzt mal irgendein Eiszauber ein. Der macht gar nichts. Nicht gut. Ernsthaft, der macht gar nichts. Brown, was los? Ich hab aber keinen Bock. Äh. Äh. Ja. Ähm. Was ist los mit der? Warum ist er auf Halt automatisch eingestellt? Hallo. Steuermieler, was soll hat? Äh. Super. Ah! Geh weg! Nein, wer hat Elise geschützt? Ich halte es nicht aus. Ey. Ah, geh weg! Na auf mich zu verfolgen! Mann! Spinne! Boah! Ich hab doch... Eingesetzt! So! Müsse Schad! Wasser! Wind! Stehen! Komischerweise ist das alles ein Powertreffer. Ja. Gut. So, jetzt noch ihr beiden, ne? Ja, so ist das gut. Drone. Drone eingesteuern. Hat ja richtig gut immer geklappt. Ist der vorbei! Es ist vorbei. Und... Und... Und spam. Und spam. Und spam. Und spam. Brrrrrr- Oah. BFF 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 vor allem sie setzt hat immer mehr ein als ich denke wie oft sie hat einsetzt das bedeutet das werde in ihr fahren aber man hört doch auch damit den vor die wrestling profis kann das sein wo ist mit der lust wind tornado tornado als aus wie ein ding ins show können sind wir sind hier bei namen gebander und nicht bei capcom auf damit und die kommen ja die kriegen wir noch wir haben aber auch komische angriffsmuster ich krieg die krise vor die wrestling profis hier final gay ich glaube bloß nicht mehr gehen die angriffe aus verdammt als ob es nicht schon schlimm genug wäre für dich den ihr da ist nur einer oder so wie sie an vielleicht gegen feuer und der um und der um und der um jetzt mal wenn ich die ich die ganze zeit hier auf der fresse fliegen lasse so schön mein gott eigentlich die ganze zeit diesen ein wasser tritt einsetzen können wir sind da ununterbrochen am angreifen verstehe ich will so die treffe anzeigen mal auf 0 wird so entstorben schon leicht tot wir hatten gemacht man nicht unglaublich ha ha und du bist luftfeuer jawohl überhaupt kein problem blauer roman roter man wir haben die golems erledigt wir sind halt unbesiegbar rachigol rachigol ist done for is that all you have to say after holding yourselves up here without permission you should be ashamed we were doing it for our country rachigols military assets must be protected do you truly believe that abandoning the citizens you serve strengthens your country i well wait are you chief of staff ilbert no naja ich bin der weihnachtsmann you all are the military of today and as such it is your duty to figure out what needs to be done understood the fort gondola guards will reopen the fort immediately we will resume patrolling the high roads and protecting civilian activities that takes care of that that should be a load off your cell shoulders keine ahnung wenn wir jetzt auf geht stürmer des forts ja ne ach und die hätten uns direkt gegen geführt die gute nacht wir müssen zu dresel hey das müsst ihr nicht jedes mal egal schau ne wir sind hier die meine abkürzung ma und auch nicht nach dem dlc übrigens keine ahnung ist entweder ich glaube das kostüm von elise gemacht oder mal kurz ja der bleibt immer später noch machen extra für diese ausgesucht handgemacht einzigartige mütze von diesel ok dann nehmen die mütze schön schön so wir haben die gold platt gemacht wir sind unglaublich nicht wahr sind wir nachher sind wir schon irgendwie schon ho 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 der rest der gruppe hatte keinen bock zu kommen nein wir haben zwei tote ja 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 teapartig ja teapartig ok fertig kreis buch magie block ja du bist ist da war kann natürlich jeder lernen okay doch ist ein buch mit dem rome zugang zur fältigkeit anti magie hält ok rome und die magie an der werden keine art wirken zeigen dazu zählen sowohl offensiv als auch defensiv geister arzt ok wird im hinterkopf walten also wenn ich mehr fp ab das vielleicht jetzt der fall sein könnte mal wieso habe ich hier weiter gemacht ich war mal hier von denen an welche intelligenz kp na komm hier kp und jetzt die ganze jetzt dazu hat genommen mitte so alles komplette dinge werden wir bestimmt nicht mehr komplett hier ein schade sie wollen auch noch ein ab was haben wir bekommen irgendwann wieder mehr und irgendwie bezweifle sein ding aber jetzt auch komplett so mela hat komischerweise noch nicht ganze dinge zonschüler durch verspannen bis zu fünf sekunden das hier fand ich angriffen der magier braucht natürlich sowas nach einem gasser kann die arzt abstimmung nicht genutzt werden aber die erholungszeit danach ist viel kürzer schnelles werden fängt die ja verlangt da kann ich nur okay und umgehe das traum in sekund bei zauberern geil paar gute sachen so weiß nicht dann level man noch glaube ich ein bisschen shops auf obwohl da müsste ich ja eigentlich nichts mehr aufladen können ne oder ah gucken wir mal die haben sich wieder geändert okay neum 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 sie beladen a folge mitben auf jeden fall bekommen am ende sp´s da hyvä weil ich da nicht ja ich würde sagen wir haben wieder viel erreicht in den netten parts nur noch drei leben quests und ich würde sagen ich mache ihren schnitt und beende diese session und wir sehen uns dann im nächsten park von let's play tales of xilla ich bedanke mich fürs zuschauen und sage tschüss